Here it goes a little something like this Here is Olle Willi Olle Willi is here Mischa, he is also there He sits here near me Tag Mischa Tag du Julkenkopf Wer hier in Julkenkopf steht hier noch in Frage Ich habe mit dir ein Hütchen zu gucken Ich bin total sauer Warum bist du sauer? Also Leute, warum bin ich sauer? Weil ich war ja ein paar Tage nicht da Ich war mit der Putrun bei den Güttrünster Bergen Das ist in Güntsland Bei Ganzen Kennen die das? Bei Ganzen in Anzen? Ist auch real, da wurden nämlich Gudruns Eltern Die hat noch Eltern Ich habe keine mehr Ich habe auch keine mehr Also sind wir bitte nicht alleine Wir haben uns beide Mach mal weiter dein Ding, ich halte mich hier total so So Leute Also ich bin sauer bei Mischa Der hat mich alleine gelassen Der macht mit seinen Simonsen Simon heißt er Denk einfach mal an Simon und Garfranke Oder die Anke Keine Ahnung Okay, also der macht mit dem Simon hier, oder? Was der will? Oder Holiday Diver Michael ist das Simonsen ist doch Holiday Diver Nein, der Simon ist Holiday Diver Nicht der Simonsen mein Kleiner Fahr fort Wohin soll ich fahren? Wohin? Du sollst fortfahren, das heißt Du kannst weiter mit dem Video machen Weil du wolltest das ja heute alleine machen Ah, alles klar Okay Leute Also wie gesagt, ich mach das mal hier allein Leute Und ich möchte mich heute getan auslassen Weil Mischa hat mich im Stich gelassen Das ist nicht richtig Leute, das ist nicht gut Der lässt mich so im Stich Sag mal Willi Was war da denn? Du warst auch nicht da Ja, überleg mal Was du erzählst Du warst nicht da Ich war hier alleine hier die eine Woche Zwei Wochen Ja Und du warst mit Gudrun in Gutslinken Da In der Familie Na, du bist schon bei Gudrun da und so Deswegen warst du nicht die Ah, jetzt will sie, jetzt will sie Stimmt ja Ich war ja nicht da Deswegen hat der nämlich Du bist der, ne? Bist du der Micha, ne? Du bist ein richtig cooler Typ Du bist ein richtig cooler Typ Ja, ich glaube, das hast du irgendwann mal gesagt Aber, äh Tut nichts zur Sache Fahr fort Wohin? Mann, du sollst fortfahren mit dem Video Ach so Ich dachte, ich sollte irgendwo wieder am Polen fahren Willi? Was hat er denn? Machst du mal hier weiter? Ja, um Schie Ah, kennt dich nur den Schie Ich bin so ein Knull Typ Ich aber nicht Ich mag nicht Ich steh nicht so auf so eine Sache Verstehst du? Nee Mach weiter Ja, und das wollte ich eigentlich nur mal sagen Das ist der Micha Ja? Der soll einfach mal wieder ein bisschen mehr mit mir machen Micha, machen wir jetzt wieder ein bisschen mehr? Ja, wir machen wieder ein bisschen mehr Okay Kann ich jetzt hier so stehen lassen? Was willst du hier stehen lassen? Wo willst du hier was stehen lassen? Wirklich stehen Wirklich stehen Wirklich alles was stehen lassen Wirklich träumst du nachher wieder auf Okay Verkottern? Nein, du sollst dir blähen Erzähl hier weiter deine Geschichte Und dann ist es gut Okay Also Leute Ja Ich möchte einfach mal, dass der Micha wieder ein bisschen mehr Zeit mit mir hat Ja, das habe ich jetzt hier euch mal so kundgetan Und ich möchte euch mal bitten mehr hier aktiver zu sein Denn das schleift zu Zeit Total Total Das ist nicht schön Macht mal hier wieder ein bisschen mehr Rabatz und Rabatz Kommentiert mal hier wieder ein bisschen mehr Ja Achso, Micha Was hat er denn? Dein Lied ist schön Oh, das ist aber schön Ja, du hast dich schon gesungen Danke für die Bitte Prakette So Leute Ja, wie gesagt, ich wollte eigentlich Detail nur mal sagen, dass ich wieder da bin Und ich jetzt wieder viel Zeit mit Mischa verbringen werde Wir werden wieder ein paar Videos machen Das wollte ich euch nur noch ein bisschen mit sagen Seht das mal so als ein Information Video Oder auch nicht, ist auch egal Also diese Knutsche meine Gudrun und alle Die Soll ich Einige grüßen vielleicht? Oder soll ich Ach, ich küsse einfach mal die soll ich Knie, 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 Knie Tschüss Pfff